ich möchte euch heute mal eine günstige beziehungsweise sogar kostenlose alternative zu den ganzen teuren raumbuchungs und auch arbeitsplatz buchung softwares präsentieren vorweg das projekt ist noch nicht ganz fertig der erste baustein ist gesetzt die visualisierung fehlt noch die wird noch folgen aber worum geht es im endeffekt wir sind nun hier in einem microsoft teams termin und wenn ich auf ort klicke das war schon die zweite auswahl habe ich hier eine auswahl meiner standorte und nehmen wir jetzt einmal münchen haben wir hier drei arbeitsplätze diese benahmung ist jetzt einfach frei gewählt da seid ihr auf nicht festgelegt vorne ist die raumnummer dann working place und münchen alles international wenn man natürlich international arbeitet sollte das auch so eingestellt sein und das schöne ist dieser freistatus richtet sich nach dem was ich hier eingetragen habe und wenn dieser arbeitsplatz in der zeitspanne belegt ist dann kann ich ihn nicht buchen das ganze funktioniert nicht nur in teams sondern auch in outlook ich bin jetzt zwar in der online variante von outlook aber das nächste was wir uns angucken das sind die raum suchen also die room finder funktion die funktioniert in der webapplikation genauso wie auch in der desktop applikation ich gehe einmal hier auf gebäude sehe nun hier meine drei standorte wir switchen auf münchen wählen uns dann hier den entsprechenden bereich aus was man hier noch machen kann ist das noch alles ein bisschen detaillierter machen aufteilen nach working places aufteilen nach meeting rooms das funktioniert und wir haben hier auch noch ein stockwerk wo wir dann zusätzliche informationen bearbeiten können und auch verschiedene funktionen so dass man dann sagen kann dieser arbeitsplatz ist zum beispiel barrierefrei und sollte nur von den entsprechenden mitarbeitern genutzt werden auch hier ist es so dass sich dieser verfügbarkeitsstatus automatisch dem anpasst was ich hier eintragen und worauf hier allerdings zu achten ist wenn ich einfach nur ein paar stunden blockiere dann wird dieser status nicht auf frei sondern auf beschäftigt den muss sich jetzt manuell um switchen ist aber nicht groß das problem was allerdings funktioniert ist wenn ich diesen arbeitsplatz ganztägig buche werde ich automatisch in meinem kalender auf frei gesetzt so dass meine kollegen auch einen freien kalender sehen und mich entsprechend buchen können wie funktioniert das ganze eigentlich gar nicht so schwer und die ganzen raumbuchung softwares basieren auch alle darauf und zwar bin ich jetzt hier im admin center vom exchange das hier ist das neue admin center und im bereich ressourcen habe ich jetzt die möglichkeit eine ressource anzulegen und das ist auch ein grund wieso ich das neue admin center nicht so sehr mag weil es da noch ein paar probleme gibt und hier können wir jetzt hergehen und sagen zum beispiel ap 101 hier wird dann automatisch der name übernommen wir können eine domäne aussuchen wenn wir mehrere haben kapazität ist jetzt 1 standort nehmen wir mal barcelona telefonnummer brauche ich jetzt nicht bringe auf weiter und nun kann ich auch noch mal ein bisschen spezifizieren bereich unternehmen dann wenn ihr richtlinien habt für euer adressbuch könnt ihr sie hier einspielen straße statt die gängigen informationen land auch sehr wichtig wir gehen auf weiter und hier haben wir jetzt auch noch mal die möglichkeit einzutragen dass die terminplanung nur während der arbeitszeit zugelassen werden kann was wichtig ist ist der punkt hier besprechungsantfragen automatisch annehmen heißt im endeffekt wenn der kalender frei ist gibt es eine automatische annahme ist der kalender nicht frei gibt es eine automatische absage sollte auf jeden fall gesetzt werden um ganztägig zu buchen damit es nicht auf fehler läuft muss hier 24 stunden drin stehen ihr könnt aber auch sagen normaler arbeitstag hat acht stunden also kann so ein raum auch nur für acht stunden gebucht werden und wie weit im voraus ist denn dieser arbeitsplatz buchbar damit kann man auch verhindern dass sich der ein oder andere kollege ein arbeitsplatz fürs ganze jahr bucht denn mit diesem flexiblen arbeitsplätzen möchte man ja auch einen austausch haben und je nachdem was für ein ziel ihr dort genau verfolgt könnt ihr hier auf jeden fall etwas einstellen dann geht ihr auf weiter erstellen was jetzt passieren kann und in dem fall ist es jetzt auch so es kann jetzt ein paar minuten dauern bis dieser zyklus durchgelaufen ist ihr könntet eventuell ich aktualisieren mal genau ich sehe hier zwar schon den arbeitsplatz der ist aber noch nicht final angelegt das dauert zwei drei minuten und wenn ihr dann soweit damit durch seid stellt ihr stück für stück eure ressourcen lässt sich auch bequem über powershell installieren hier gehen wir noch mal das klassische handwerkszeug durch im vorfeld habe ich ja hier schon die entsprechenden räume angelegt und wenn ihr eure auswahl soweit getroffen habt geht es weiter mit powershell das skript werde ich euch auch in die beschreibung packen da haben wir hier oben einmal den befehl das exchange online management tool zu installieren importieren und uns im nachhinein mit exchange online zu verbinden dann müsst ihr euch anmelden es muss minimum ein exchange online admin sein damit ihr euch da auch anmelden könnt das nächste ist noch das wichtigste es gibt möglichkeiten distribution lists im exchange anzulegen diese funktionieren für dieses verfahren aber nicht es muss wirklich eine distribution group sein und stand heute also juli 2021 ist es auch so dass man das über powershell machen muss weil es halt im exchange admin center nicht diese option gibt das zu aktivieren rumlist ist dann entsprechend der name und hier definieren wir auch noch mal den namen hier habe ich halt berlin gewählt dann wird diese gruppe erstellt wird ausgewählt und hier unten werden dann die verschiedenen arbeitsplätze zugewiesen und ganz zum schluss mit get distribution group member und dem entsprechenden namen können wir sehen ob diese arbeitsplätze die wir hier ausgewählt haben zugewiesen haben auch wirklich in der liste drin sind gefällt euch die liste nicht könnt ihr auch verschiedene arbeitsplätze mit remove rausschmeißen ihr könnt diese komplette liste auch löschen aber wie gesagt stand heute ist es so müsst ihr unter pauschell machen habt ihr das durchgeführt ihr könnt auch durch verschiedene standorte so wie ich das hier gemacht habe ausführen funktioniert wunderbar dann seid ihr auch durch und wenn ihr dann hier reingeht wird das noch nicht sofort funktionieren bei mir war es so als ich das das erste mal eingerichtet habe hat das bei einem tenant zwei tage gedauert in teams was deutlich früher als in outlook in outlook was wirklich erst nach zwei zweieinhalb tagen verfügbar als ich das dann hier auf meinem privaten tenant gemacht habe hat das innerhalb von sechs stunden funktioniert ich habe hier auch deutlich weniger standorte und auch weniger arbeitsplätze also je nachdem wie viel daten ihr dort rein jagt kann es länger dauern geht es ein wenig schneller das solltet ihr auf jeden fall noch mal bedenken und im hinterkopf behalten wie wird es jetzt weitergehen mit diesem system und zwar was die anderen anbieter auf dem markt noch mit sich bringen ist eine schicke einbindung in den sharepoint so dass wir dann zum beispiel auch eine schicke sharepoint seite basteln und dann hier ein auswahlfeld haben wo wir den zeitraum definieren hier drunter öffnet sich dann ein lageplan wo wir das ganze auch noch mal visuell vor augen haben und auf diesem lageplan sind dann grüne und rote punkte die die einzelnen arbeitsplätze symbolisieren und anhand der punkte kann ich sehen welcher arbeitsplatz im entsprechenden zeitfenster was ich definiert habe verfügbar ist und welcher nicht die grünen können dann ohne weiteres gebucht werden die rote natürlich nicht das ganze wird allerdings ein wenig dauern weil ich entwickler und programmiertechnisch nicht so ganz auf der höhe bin mir das auch nicht so liegt aber das thema wird auf jeden fall verfolgt und wenn es interessenten und auch fähige programmierende draußen gibt sagt bescheid gerne könnt ihr euch dann beteiligen das ist ein projekt von der community für die community ist open source das heißt kostenlos für alle diejenigen dies nutzen wollen können es gerne nutzen weiterentwickeln weiterverfolgen und das ist ein schönes projekt wie ich finde denn hier hat eigentlich jeder schnell einfach die möglichkeit das nachzubauen was im endeffekt sehr viel geld auf dem markt kostet und hier ist auf jeden fall das potenzial da kosten zu sparen und das ganze konstrukt in eigenregie legen wollt ist das denke ich eine sehr schöne alternative habt ihr verbesserungsvorschläge oder allgemein tipps wie man so ein system anders aufbauen kann wie man es verbessern kann habe ich eventuell an punkte nicht gedacht könnt ihr sie auch gerne mitteilen ich versuche es dann alles einzubauen und wenn dann der nächste step fertig ist werde ich dir natürlich hier auch wieder vorstellen und euch alles dann zur verfügung stellen damit ihr das nachbauen könnt und